Ich bin so joky. Alter, jetzt geht's die Pia los, oder? Bro, ich zieh. Wie du es nüsst, du sagst? Ich muss gern. Was? Ich bin mit Geld, Junge! Wie lange habt ihr denn so'n Kotten? Wie ist mir mein Geld, Junge? Was? Das war richtig von unseren Grundstuhlern. Na ja, ich hab meine Hunde. Das war auch so schnell. Was? Was? Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ey, bin ich. Ja, ich hab's nicht angenommen. Tatsache. Herrlich. Was ist denn los? Hallo? Oh, Wasser ist mit zu gefahren. Wenn sie nicht so geschwuckt, ja. Ja, ey, ich fisch mit. Quasi. Wenn sie mir packt, vier Mann, vier. Das Flugmannrat zu durchgezogen. Ja, mich hin, mich hin. Das Flugmannrat zu durchgezogen. Bis rüber. Die sind die Lufen. Geile Fahrt. Verrückt die Frankfurter. Verrückt die Frankfurter, sag ich euch. Verrückt die? Wer blügt? Ich hab' ich gleich gemacht, wie kommst du raus? Hey, ich weiß gar nicht. Das ist voll herzliche Lektar hier. Kathlin, komm endlich raus, jetzt wollen andere... ...warme. Du, da ist meine Wichtige. Ey, Jungs, könnt ihr mal ein bisschen leiser sein, wenn ihr in unserem Schlafzimmer steht? Nein? Könnt ihr ein bisschen leiser sein, wenn ihr in unserem Schlafzimmer geht? Gehst du jetzt schlafen, oder? Ja, meine Freundin schlägt noch. Deswegen nur ein bisschen, also ihr müsst ja nicht... Ihr wisst ja. Mit Umgangsmäß hier. Wir tippen ja auch noch mit dem Ding, ja. Soll ich mir erklären, oder? Genau, ich hab' jetzt mal aufschütteln. Die war'ner Qualm-Rieche, als wie... Ey, das nimmt nicht viel. Also der Qualm wird wieder weg sein, wenn der Iltis wieder durchkommt. Wasserhund. Schlimmer, Alter. Das Wasserhund ist doch lecker, oder? Das schmeckt ja nicht. Ich halte stolz, du meinst ja. Ey, Jungs. Kies für Schokolade. Haben die denn nicht so? Nimm mal. E-Mail, ey, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ey, Emmi, ich wollte Schokolade. Warte, gibts... Warte, gibts noch Übung? Ne. Hör auf, wir sitzen. Okay. Okay. Ne, ist schon nett. Dann kann ich wenigstens meine Teilchen ein bisschen drücken. Oh, nein. 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 So, und nochmal, alle, ein herzliches Kickt euch selbst in den Arten. Auf wieder. Gut. Mann, hab ich dir verraten... Hahahaha. Ihnen hat das selbst? Auf jeden Fall nicht hier. Ich geh� von meinen Vater und Kollegen. Ich gehöre von meinen kollegen. Gut, nein. Ich verpacke das. Das ist doch gut. Gere Trüschel. Ah.